Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero. Ja, ihr seht, ich habe das Spiel pausiert, denn es gibt Neuigkeiten. Es sind mittlerweile zwei, drei Wochen vergangen seit der letzten Aufnahme von Subnautica. Wir standen kurz vor einer Basis, das heißt wieder mit einer Cliffhanger-Folge. Folgendes ist allerdings jetzt passiert. Man sieht bereits links, wir haben eine neue Sprachaufzeichnung. Es gibt aber andere Neuerungen, und zwar es gab ein Update, und zwar ein 1,1 GB großes Update für Subnautica Below Zero. Und zwar ein Salad Update, oder Salad Days hieß das Update. Das heißt, es gibt neue Inhalte, unter anderem gibt es neue Items, ein Recycler. Es wurde zu der Hauptstory einiges hinzugefügt. Es gibt wohl ein neues Video auch, dementsprechend Videomaterial neues dazu. Zusätzlich kamen noch ein paar andere Elemente dazu, wie eben auch neue Sprachaufzeichnungen, beispielsweise eben von dem Alien, was allerdings auch noch gar nicht übersetzt ist, wie man gerade sieht. Ich weiß es nicht, ob es mir mit meinem Spielstand zerschossen hat, kann sein. Allerdings stand zumindest nicht drin, dass alte Spielstände nicht mehr funktionieren. Wir werden es dennoch so machen, das hat mich jetzt dazu bewogen, das Update auch. Wir werden uns jetzt diese Folge noch geben bei Subnautica Below Zero. Vielleicht noch eine zweite kommt auf an, wo wir da jetzt gerade feststecken, weil wir haben ja etwas vor uns liegen. Ich weiß nicht, wie groß ist es, ich weiß nicht, wie weit wir da kommen werden. Wir werden es einfach mal anschauen. Dann würde ich allerdings Subnautica Below Zero für erstmal beendet erklären. Und ich würde spätestens, wirklich aller, aller spätestens, dann weitermachen, wenn die Version 1.0 draußen ist. Ich weiß nicht, wann sie draußen ist. Momentan immer noch die Early Access Phase. Mittlerweile stand Juni 2020 30 466. Also wirklich ganz, ganz frisch, wo ich das Ganze aufnehme. Ihr werdet das Ganze übrigens viel, viel später sehen. Subnautica ist tatsächlich ein Let's Play, was ich aufgenommen habe, also komplett aufgenommen habe, bevor die erste Folge auf meinem Kanal erschienen ist. Deswegen bitte nicht wundern, falls ihr das erst wirklich sehr, sehr viel später sehen werdet. Auf jeden Fall werden wir es so machen. Das wird jetzt die letzte oder vorletzte Folge dementsprechend von Subnautica sein, bis die Version 1.0 rauskommt. Wir freuen uns jetzt aber trotzdem erstmal über die neuen Inhalte. Ich werde zwischendrin noch ein bisschen was erzählen zum Update. Ich habe es mal durchgelesen. Es kam tatsächlich ein bisschen was dazu. Allerdings ist jetzt auch nicht mega die Neuerung. Das Einzige ist tatsächlich eigentlich, es gibt jetzt Essen anscheinend. Vielleicht werden wir noch dazu kommen. Vielleicht auch nicht. Ich werde dazu noch ein bisschen was sagen. Wir schauen uns jetzt erstmal die Sprachaufzeichnung an, auch wenn sie noch nicht übersetzt ist. Und wir werden uns auf jeden Fall mit der Basis vor uns erstmal begnügen, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Ich wünsche erstmal viel Spaß mit Subnautica. Ah, okay. Okay, wenn wir das nächste Mal auf so ein Architekten-Ding treffen, werden wir mehr erfahren. Okay, das gehört wohl zur, also wir haben ja diese Architektur-Modelle gefunden von den Aliens oder diese Weltenformer gefunden. Wenn wir wohl einen weiteren finden, werden wir da weiterkommen. So, wir haben allerdings das Problem, äh, hier vor mir, man sieht's hier schon, ist ne Basis. Ich wollte hier parken, denn hier ist allerdings auch einer von diesen großen Leviathanen, äh, der uns wahrscheinlich das Leben zur Hölle machen wird oder könnte. Wir gucken jetzt jetzt auf jeden Fall erstmal hier um. So, die Karte wieder ausblenden. Steuerung, Steuerung weiß ich Gott sei Dank noch. So, man hört ihn schon. Hm, das ist ein kleiner. Relativ klein im Verhältnis gesehen. Der große würde mich wahrscheinlich gleich frühstücken. Die war auf jeden Fall ein größer das letzte Mal. Kann natürlich auch sein, dass sie da was durch Patches verändert haben. Wir haben auf jeden Fall eine neue Basis gefunden. Äh, das ist ne Scheibe. Erbeutet das Speichermedium. Alter, wie groß ist das denn? Ah, uh, ja, Tauch-Dock. Uh, 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 uh. Okay, wir werden hier auf jeden Fall die Folge verbringen können. Wir haben einen Tauch-Dock gefunden. Sehr geil. So, ich lass mal das ganze Ding hier an. Wir können unendlich viel scannen. Also wie gesagt, es kam durch den neuen Patch, kam einiges hinzu auf jeden Fall. Fragment eines Tauch-Docks. Gucken wir mal. Kriegen wir das komplett? Geil. Tauch-Dock komplett. Wir werden übrigens leider nicht mehr dazu kommen. Also ich werde es nicht mehr machen. Wir werden uns keine Basis mehr herstellen. Fahrzeug-Erweiterungskonsole haben wir auch bekommen. Zusätzlich. Wir müssen uns gleich mal die ganzen Blaupausen angucken. Bauplan Tauch-Dock. Was ist denn los? Frühmorgen übrigens, wo ich das Ganze aufnehme. So, Bürostuhl, Kommandostuhl haben wir neu. Jukebox-Lautsprecher, den kannten wir schon. Fahrzeug-Erweiterungskonsole haben wir bekommen. Äh, Observatorium, Tauch-Dock, Scanner-Raum, Mehrzweck-Raum haben wir auch noch nicht gesehen. Scanner-Raum, Beschleuniger-Modul. Okay, Kameradrohne. Scanner-Raum, Reichweiten-Modul. In Scanner-Raum. Thermalklinge. Oh, es kam tatsächlich wohl auch... Thermalklinge und so weiter ist jetzt ganz neu. Also es kamen wohl tatsächlich auch so Grunddinge mit dazu durch das Update. Die wir jetzt hier reingespült bekommen haben. Wasserreinigungstabletten. Oh, sie sehen sehr cool aus zumindest. So. Umgebautes Krebs-Exoskelett. Glaube nicht, dass wir den... Das werden mehrere Teile sein, oder? Magrids Krebs-Exoskelett. Ein Sondermodelles Krebs-Exoskelett von Altera. Modifiziert mit einem Silizipalus-Unterkiefer. Sieht man noch nicht. Wir bräuchten mal... Ich habe leider keine Taschenlampe, aber wir können es damit machen. Also die hat... Das heißt, wir sind hier in ihrer alten Basis, so wie es aussieht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Liegt auch noch irgendwelches Zeug rum. So, übrigens dazu würde es auch... Also mit dem Update hieß es, dass es ein neues... Eine neue Video-Zwischensequenz gibt, wenn wir jetzt... Bei dem... Wie hieß denn das Ding? Dieser botanische Garten, wo wir waren. Wo ich enttäuscht war, dass wir eben nichts abbauen könnten. Keine Kartoffeln bekommen haben. Keine Melonen bekommen haben. Nichts bekommen haben. Wo ich extremst enttäuscht war, dass ich nichts bauen konnte. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Haben wir was da? Ja, ja, natürlich. Und da gibt es wohl jetzt tatsächlich Dinge, die man abbauen kann und die man bekommt. Und wahrscheinlich auch da eine neue Zwischensequenz, könnte ich mir vorstellen. Was ist das? Boah, Alter! Was soll ich von meinem Lernfahren halten? Haben sie einen Pürscher gezähmt? Alter, hab ich mich erschrocken. Oh, okay. Schwester Sam. Kann sie sie? Ey, ich hab gedacht, Mann. Achso, Sam ist ihre Schwester... Ne, Moment. Das hat mir ja zwischendrin. Blödsinn. Von meiner Basis. Ah. Ah. Ja gut, wir kriegen Aufgaben von ihr. Alter, hab ich mich erschrocken. Okay, das Vieh ist noch ein bisschen verwackt. Das könnte übrigens bereits die Zwischensequenz sein, die dazugekommen ist. Anscheinend ist das hier. Weil dieses Vieh wurde auch erwähnt im Update. Alter, Verwalter, hab ich mich erschrocken. Boah. Okay, die hat, äh, einen, ja, Fragment eines großen... Ne, einer großen Glaskuppel. Und das ist natürlich auch geil. Dass wir jetzt ein Glasdach einziehen können in unsere... Boah, ich freu mich... Ich freu mich auf die Version 1.0, wenn wir tatsächlich eine riesen Basis bauen werden. Es gibt so viele geile Neuerungen. Tagebuch 3. Oh, wir haben bereits zwei übersprungen, so wie es aussieht. Aber die sind noch nicht drin. Ich werde jetzt nicht mal auf die Story eingehen. Ich möchte mir jetzt tatsächlich nicht mehr spoilern lassen erstmal. Wie gesagt, das ist jetzt definitiv wahrscheinlich die letzte Folge. C-Bahn, äh, Perimeter, Abwehrmodul. Oh, ein Abwehrmodul. Uh. Zeitsäure. Ist aber noch... Polyanyl. Und das Abwehrmodul. Thermo... Thermoskanne? Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ach, das heißt, wir können... Ein echt italienischer Espresso verdünnt mit geschmacksfreiem amerikanischem Wasser. Ach, die Kaffeeautomaten kann man mittlerweile auch bedienen und kannst die Espresso mitnehmen. C-Bahn, äh, Abwehrmodul. Das ist natürlich auch geil. Kostet eine Energiezelle. Testüberbrückungsmodul. Was ist ein Testüberbrückungsmodul? Oh, mir kriegen hier wieder so viel Zeug. Also es gibt tatsächlich unendlich viel Zeug mittlerweile, was man hier herstellen kann. Ah, okay. Modul zur Überprüfung des Funk... Äh, Überprüfung des Funkmast der Basis Delta. Achso, das war das, die Funkm... Also wir sollen Funkmäste abschalten, damit wir nicht mehr von Altera kontrolliert werden können. Oder ausspioniert werden können. Das ist ihre Aufgabe an uns. So wie es aussieht. Okay, das ist so eine Alien-Tafel, die wir im Teil 1 gebraucht haben, um eben die Portale zu aktivieren. Die können wir noch gar nicht aufnehmen. Wird wahrscheinlich auch irgendwann dazu kommen. Das Ding hier würde ich auch gerne scannen. Aber ich scanne mal die Glaskubbel. Oh, sehr, sehr cool. Also es gibt wirklich sehr viele Neuerungen. Große Glaskubbel. Also wenn jetzt tatsächlich das der neue Inhalt ist mit dem Vieh und allen drum und dran, dann haben wir es ganz genau richtig gemacht, dass das Update jetzt exakt passend kam zur letzten Folge. Ich wollte sowieso mit Subnautica dann dementsprechend aufhören, weil ich auf die Version 1.0 tatsächlich warten wollte. Wollen wir noch sonst irgendwas scannen außer das Vieh? Ich weiß, dass wir scannen können. Wir werden es auch gleich scannen. Keine Panik. Das hier ist übrigens so ein Motorrad, mit dem wir uns über das Festland bewegen können. Zumindest Teile davon. Schneepirscher. Du hast mich erschreckt, mein Junge. Ich habe mit allem gerechnet. Ich habe gedacht, das ist eine billige Zwischensequenz von der Türöffnung, wie es schon ein paar Mal kam. Und dann kommt das Vieh um das Ecke gesprungen. Ein bärenähiges Landtier, das in Rudeln jagt und auf Schnee eine beachtliche Geschwindigkeit erreichen kann. Okay. Äh, achso. Ernsthaft? Ernsthaft? Ach komm. Wir kommen nicht weiter, weil das Vieh im Weg liegt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Also das ist mal eine moderne Tür, würde ich sagen. Tatsächlich, wir kommen hier nicht weiter. Das ist auch Absicht, wie es aussieht, weil selbst mit Springen und so weiter komme ich hier nicht durch. Ähm, wir kommen an dem Vieh nicht vorbei. Das heißt, wir müssen für sie diese Satelliten abschalten. Äh, beziehungsweise die, diese, man hier erinnert uns an, diese großen Raketen. Oder ich habe es Raketen-Startbasen genannt. Äh, die wir schon gefunden haben. Die können wir wohl jetzt damit abschalten. Und hier hinten liegt, glaube ich, schon das nächste, was wir scannen könnten. Aber sie ist auch komplett weg. Guck mal, ein Mr. Coffee. Oh, ein Mr. Coffee. Schon sehr eigenwilliger Einrichtungs-, äh, Einrichtungsstil, muss man sagen. Allerdings, das macht natürlich Eindruck. Es erinnert mich tatsächlich irgendwie, also gerade mit den Segeln und allem drum und dran, und mit der, mit dem Lichtverhältnis und allem drum und dran, mich erinnert das ein bisschen an Diablo 2, an Darius Palast. So ein kleines bisschen. Also der, also unter der, bei Diablo 2 Akt 1 der Endgegner. Oder die Endgegnerin war es, ja. Der eine oder andere könnte sich tatsächlich daran erinnern. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen daran. Finde ich nett. So, äh, ja, wir kommen hier leider nicht weiter. Das war's dann leider schon, oder? So wie's aussieht. Also viele neue Baublä... Ich kann nur die Tür zumachen, oder? Irgendwas... Na, irgendwas leuchtet hier ab und zu. Schließen. Ja, genau. Ich kann nur die Tür zumachen. Aber sehr, sehr cool. Also, wir sind genau zum richtigen, zur richtigen Basis anscheinend gekommen. Das heißt, die lebt momentan hier unten, die gute Dame. Und das ist tatsächlich ihr Krebsanzug. Das sieht allerdings ein kleines bisschen anders da aus, als tatsächlich den, den wir schon in der Zwischensequenz gesehen hatten, finde ich. Aber gut. So, sonst können wir hier erstmal nichts weiter scannen. Wir können nochmal außenrum tauchen, um die Basis. Ist aber ein bisschen, äh, ach, lebesfeindlich, wo die gute Dame sich niedergelassen hat. Kann man, glaub ich, sagen. Können wir vielleicht von... Ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, hier sind, äh, der ein oder andere etwas größere Gegner. Der mich gerne zum Frühstück verschweißen möchte. Ach, guck mal, das hier ist der Raum, der versperrt wird gerade auch. Ah, guck mal, hier hinten sehe ich schon Nahrung. Beziehungsweise Essen eben auch. Ah, hier, getrocknete Fische. Die es aufgegangen hat. Das hier würde ich mir interessieren, was das hier ist. Sieht irgendwie komisch aus. Auch, es sieht so aus, wie wenn man scannen kann. Hier liegen auch noch irgendwelche Module. Dahin ist auch noch ein Raum. Also, da geht es auch noch dementsprechend weiter. Los, Minu! Ich tu dir nichts, tu mir nichts. Ah, da liegt ein Bauwerkzeug. Erkennen wir auch. Okay. Irgendwelche Flaschen. Hier müsste irgendwo der Mr. Coffee hängen an der Wand. Und noch mehr Skelette. Also, ich würde mir nicht unbedingt Skelette in meine Bude legen. Ich würde es mir ein bisschen gemütlicher tatsächlich einrichten. Gut, man weiß nicht, wie die da mit tickt. Aber prinzipiell. So, das hier ist... Ach, guck mal. Ah, hier sieht man auch diese... Den Zahn. In den Arm reingebaut. Wahrscheinlich, weil man damit besser die Leviathane töten kann, nehme ich mal an. Der wird härter sein wahrscheinlich als Metall. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Dass dazu auch irgendeine Story dann dementsprechend gibt. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben gleich keine Luft mehr. Aber wir haben hier unser Döckchen, wo wir tauchen können. Wir gucken uns jetzt hier erstmal noch ein kleines bisschen um. Wir werden allerdings, wie gesagt, das wird definitiv, wird das jetzt die letzte Folge sein. Wir werden hier nicht mehr weitermachen. Ich freue mich unglaublich auf die Version 1.0. Ah, guck mal. Das sind auch Blase... Das sind aber andere, oder? Die leuchten ein bisschen anders, die Blasefische. Also, ich freue mich wahnsinnig auf Version 1.0. Ich weiß nicht, wann es soweit ist. Ich hoffe, sie werden irgendwann mal fertig. Also, wie gesagt, Update kam jetzt erst. Das heißt, die Arbeit ist nach wie vor nicht eingestellt. Würde mich auch wundern, weil Subnautica ist tatsächlich ein Spiel, das lohnt sich. Und hier geht es dann wohl... Das wird wohl auch... Ich nehme an, dass das hier auch ein wichtiger Zwischenbereich sein wird. Wo wir dann... Ja, wo wir dann höchstwahrscheinlich nämlich ganz, ganz tief nach unten kommen werden. Wo es dann dementsprechend auch weitergehen wird. Und wie gesagt, in Teil 1 kam man bis auf, ich glaube, 1,5... Ah, hier ändert sich schon die Musik. Meistens ist kein gutes Zeichen übrigens. Wo es dann dementsprechend auch bis zu 1,5, 1,8, 1,9 Kilometer tief nach unten ging. Wir sind jetzt erst bei 500 Metern. Also, da wird noch ein bisschen was kommen. Und vor allem bei Below Zero heißt es ja auch... Was war das? Ach, das fieh ich. Alter, war das schnell. Alter, ist das schnell. Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Ich parke aber hoffentlich ein bisschen außerhalb mit meiner Seebahn. Können wir dieses Modul... Können ich das auch hier... Alter! Ich habe ein bisschen Respekt. Können wir dieses Modul... Oh ja, wir können das bauen tatsächlich. Rubin, Polyanyl, Computerchip und Energiezelle. Primäres Abwehrsystem hätten wir dann auch endlich. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich nehme an, das ist so wie bei der Seemotte im ersten Teil. Abteile abkoppeln. Oh, ich glaube, ist das Schalt... Ist das neu? Oder mit per Wall gewaschen? Man weiß es nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Ähm, wir gucken uns nochmal ein kleines... Alter! Diese Geräusche! Machen wir fertig. So, sonst ist hier aber, glaube ich, tatsächlich... Was heißt hier, sonst ist nichts mehr? Also, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel neues Zeug bekommen. Wir haben die gute Dame gefunden. Der Name ich mir auch irgendwann mal bei Version 1.0 auch merken. Werde. Und ich freue mich tatsächlich auf die Story. Und wir suchen unsere Schwester. Ja, ich erinnere mich wieder. Ich bin am Anfang... So, achso. Okay, wir müssen ja aufpassen, dass die Hitze sehr groß. Ähm... Ach, guck mal hier. Noch was zum Scannen. Ähm, ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass wir unseren Ehemann suchen, aber wir suchen eigentlich unsere Schwester. Schwarmwurz. Schwarmwurz. Sieht irgendwie... Sieht aus wie eine Lebensform tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen... Ja, machen wir leider Schluss... Was ist das? Ah, Riesenwurzel. Ah, die können wir jetzt auch... Okay, die können wir jetzt auch scannen. Ja, ja, Wurzel. Ich drücke übrigens wieder Escape, weil ich es gewohnt bin von anderen Spielen. Okay, die Höhle ist natürlich schon cool. Und hier war doch am Anfang also noch ein größerer Leviathan. Bin mir relativ sicher. Ich glaube, die haben sie rausgepatcht. Tatsächlich irgendwo anders sei wieder eingepflückt wahrscheinlich. Okay, ich würde sagen, das war es tatsächlich jetzt erstmal von Samnautica Below Zero. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Let's Play. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es sind, aber es sind tatsächlich einige geworden. Für ein Early Access Game... Alter. Für ein Early Access Game... Ähm... Konnte man schon wirklich sehr, sehr viel hier drin machen. Wir haben definitiv noch nicht alles gemacht. Wir können noch viel, viel weiter gehen tatsächlich auch. Ich will mich jetzt aber gar nicht mehr spoilern lassen. Deswegen haben wir auch teilweise die Texte nicht gelesen, wenn ihr das getan habt. Äh, kein Problem. Ich wollte mich nicht zu sehr spoilern lassen. Wir wissen jetzt ungefähr, worum es geht allerdings. Und, äh, ich freue mich tatsächlich sehr, sehr auf die Version 1.0. Wenn ihr Spaß hatte mit dem kompletten Let's Play, lasst mir gerne noch ein Gefällt mir da. Auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts anderes mehr. Es gibt übrigens bereits ein neues Let's Play, was in den Schadlöchern steht. Die ersten zwei Folgen sind bereits aufgenommen. Ihr könnt euch freuen auf Command & Congar Remastered in HD. Wir werden allerdings hauptsächlich in der Pixel-Grafik spielen, höchstwahrscheinlich. Ich liebe sie einfach, diese Pixel-Grafik. Dem einen oder anderen, du gefällst vielleicht auch, schaut da auch gerne mal vorbei. Auch gerne bei meinen anderen Projekten, World of Warcraft, mein bestgeklickterstes Projekt. Kann ich nur jedem mal ans Herz legen. Ist ganz spaßig. Und sonst mal bei einem Livestream immer am Mittwoch, am Freitag oder am Sonntag vorbeizuschauen. Auf Twitch oder eben auf YouTube. Und ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen bei Subnautica Below Zero, unserem kleinen Ausflug. Wie gesagt, Version 1.0 sehen wir uns alle, aller spätestens hoffentlich in zahlreicher Form wieder. Vielen herzlichen Dank. Macht es gut.